so dann bauen wir das ab ich habe ja auch ganz viel kies ja kies können wir auch gleich fahren dann benutzt gerade diesen fackeln trick damit beim kies er den kies bau ihn ab wegen flint also feuerstein ach das geht nicht bei der fackel das passiert ja nicht ach so ja ich habe jetzt ein bisschen kies mitgenommen macht das jetzt mal lieber erstmal nicht mit der spitzhacke geht auch gleich kaputt ja ich habe schon für jede eisenspitzhacke ja klar ich bin ich bin ja gut wo war die höhle ich begebe mich eventuell in die höhle raten warte ich komme wieder hoch ich mache an der also an der stelle macht den macht der gang einen knick okay ich weiß schon ist es schon jetzt einfach nach rechts ja ja hier ist eine eisenspitzhacke da nach rechts du müsstest ja nicht auch hören oder du siehst sie oder ja ich sehe er kann es mir ein bisschen was zu essen geben aber natürlich hier hast du acht steck ich habe verstanden acht steck ja acht stecks fleisch vorst mahlzeit was brust mahlzeit hast du noch fackeln kann ich machen danke da hast du noch mal ach warte ich komme eben aber die erste dann fahr mich ein bisschen flint meine lieblingsbeschäftigung über der letzten season mit ihr spannend das war sowas von spannend muss ich sagen die ganze zeit nur feile farmen letztlich wurde ich eh durch enderplace gekillt spoiler spoiler ihr solltet euch die anderen seasons vorher angucken bevor ihr die neueren seasons guckt ja da sind total viele insider und so du guckst wegen labern weil da sind diamanten er immer ich habe redstone gefunden da ist immer laba nein war natürlich nur spaß liebe kinder passt besser auf so einfach mal ein bisschen gelogen damit damit die geht nach uns ein bisschen unterschätzen was halbes herz bullshit ach das bist du der abbaute ich habe mich schon gewundert ja feinde jetzt schon in a season mit nova war es ja so dass die so nah an uns dran waren wir haben die wir hätten die direkt am anfang killen können das war richtig krass die sind irgendwie direkt neben uns gewesen sind wir schon auf 14 12 nein wir machen 10 okay ist alles okay chill chill gehst du runter so jetzt sind wir auf 10 ne weil alle leute die normalerweise nach nach dir was machst du da ja ich wollte eigentlich die ganze zeit auf die facke ah hinter redstone ist immer lava boah das wäre jetzt so geil wenn da lava rausgekommen wäre vor allem ich habe auch kein wasser so alter fabian hat noch keine kills ne krass mal richtig ich meine ja wir haben auch 46 spieler gehabt hier ist kohle ey wie viel holz hast du ich hab wir hatten ja nicht so viel äh ich hab noch 42 also für waffen dürfte es noch ausreichen ja weil sollte ich geh dann nochmal hoch später oder sowas äh hast du setzlinge äh nein äh ich hab die oh diamanten echt ja nice wie viele äh vier auf jeden fall fünf ne sechs oh enchantment table geil sieben what the fuck und ein diashwert äh ja sieben diamanten und ein diashwert noch dazu geil hier guck da diamonds to you da oh ja ja ich geb sie auch zurück okay äh wir haben jetzt einfach mein achievement bekommen ne mhm ja wenn wir zu 0,0 gehen dann müsst ihr da vor allem ich baue mir ja gerade einfach nur den gang wo ich ja später stripmein werde so ich mach hier mal so ne kleine kuhle rein ne wo wir dann uns aufbauen werden so weißt du ich grab so einfach lang ja läuft so also sachen die geschmolzen werden müssen äh ja acht gezahlt durch eine 20 warum 30 24 3 da ist redstone 1 2 3 4 2 ah lava echt nein cool und der redstone ist immer lava liebe kinder ja pass besser auf äh kannst du mir äh äh leise 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 okay ich dachte ich hätte jemanden gehört äh kannst du mir noch ein bisschen holz geben weil ich brauch noch fackeln äh ja warte ich kann ja auch direkt verkraften da äh äh ich hab drei stacks fackeln cool ja hast du einfach mal äh zweieinhalb äh einhalb 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 meine eisenspäße ist auch gleich kaputt ja ich bin schon neu am schmelzen so leute also wir hatten x-ray drin ne ja die sieht man auch total in der aufnahme ja ihr könnt das nicht sehen weil wir das so mit überharten hacks ausblenden ne ne videobearbeitung ist viel cooler ich tue uns mal einfach einen direkten weg nach oben machen ich mag das irgendwie zu sagen ja leute hier könnt ihr es nicht sehen weil ich meine hacks mit so überharten anderen krassen hacks ausblende ach so das ist sehr witz dann weil du dann deine hacks quasi noch mehr hackst ah ok damit du richtiger hackprofi bist vor allem wenn man sich einen hack runterlädt ist man ja auch voll der profi im hacken ja das war ja auch bei dem let's hack ja einen youtube link unter dem video anklicken mhm mhm ja so gut bin ich ne mhm ja aber die meisten äh eisen pieke kaputt äh oder soll ich uns gleich ne dia machen weil wir brauchen ja eine ja mach dir ne diamantspitzhacke aber diamantspitzhacke dafür gehen 3 drauf dann brauchen wir noch 2 für den enchantmentable ja ok passt weil für den enchantmentia passt aber dann hat vielleicht noch ein dia schwert übrig und ich glaube wir finden ja noch mehr äh bevor die diamantspitzhacke ich höre ein skelett ich höre ein skellett vielleicht droppt das ja ein bo ja ja ich höre wasser äh vorsichtig gehe an dir vorbei ja ja chill aber hier musst du aufpassen hier ist irgendwo in der höhle äh ist das nicht der gang den wir runtergekramen haben nein ach so krass ich habe einen neuen ich habe noch reisen gefunden auf dem weg also ich wette momentan sind fast voll da werden halt noch immer keine kills was ist da los ist das vielleicht unter mir ich gehe mal wieder hoch und fahre mal ein bisschen strappen im net nein nicht mehr ja okay gut weißt du noch tomboy ja wie vorletzte season oder sowas auch nicht am portal in der normalen welt ja mhm mhm pain mhm weißt du noch als wir tomboy getrappt haben ja das war echt scheiße fies das sowas da kannst du da kannst du dich nicht wehren doch wir haben eine season das war der season äh wo wir extrem vorsichtig waren haben wir feuerresistenztränke bevor wir rausgegangen sind genommen und bis du feuerresistenztränke findest das dauert einfach viel zu lange und draußen ist hell also ich glaube keine monster aber ich wette ein paar sind noch da wegen äh Licht und so äh weil da verschwinden ja nicht immer alle und ich hör schon ein skelett wenn man vom teufel spricht wie man ja so schön sagt oh alter das war so knapp das musst du dir in der aufnahme anschauen ok ich spring so land äh denk mir so ok ich krieg schaden lande so lande so noch gerade so auf einem zwei blöcke und tiefen block gerade so ich hör so viele skelette äh äh ich hab ne Höhle äh äh bin irgendwie sprachlos wegen Zuckerrohr wieso ja ich find keins nirgendwo am Wasser ist Zuckerrohr das ist richtig krass ich find hier auch generell kein Wasserwecken bis auf ab und zu mal einzubedastern kein Zuckerrohr ich hab ins Gleck gekillt und? Knochen Pfeile? Pfeile? ne Knochen mal schauen Gott wo haben wir uns jetzt wo Gott 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 wo haben wir uns reingegraben? hier okay ich hab nen Bogen ja ein Skelett hat einfach mal nen Bogen gedroppt ja das war's easy ach Mist ich wollte ja noch Holz holen okay jetzt haben wir auf jeden Fall einen Vorteil definitiv und wir haben ähm Federn 8 Stück Enchantment Table echt? wieso? ja wir haben quasi Enchantment Table wieso? ja meine Güte Zuckerrohr sollten wir schon finden oh Spitzhack ist kaputt ich geh mal wieder runter ach da ist der Zombie soll ich den killen oder? ähm oh lol ne ne bevor du irgendwie Schaden kriegst ne ne der war easy Hacks genau deswegen sollte man sich äh die alten Season anschauen wieso? achso ja wegen dem Insider halt Hacker äh Kohle Alter ich find hier wirklich nirgendwo Zuckerrohr ich find nirgendwo Kohle Kohle hab ich ja ich war grad irgendwie was blöd ist nur wenn ich jetzt sterbe haben die anderen alle Diamanten ach so weißt du doch nicht ne Xons Team muss ja nicht unbedingt Diamanten haben ach ich hab wieder Eisen hab keine Kohle ich brauch Kohle hier oben ist total viel Kohle aber ich hab keine Spitzhacke hä hä du hast dir ja meine Spitzhacke doch gemacht ne ich brauch dir ja Holz hä ich hasse Holz nein ich bin so dumm jay was darf ich jetzt nicht machen das muss ich mir jetzt anschauen äh du darfst nicht was hast du gemacht auf den Ofen glaub ich fortgeschrittenes Handwerk ich darf mir eben keine Spitzhacke machen äh dann bring's zu mir ach doch stopp nein 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 es zählt eine ähm Spitzhacke egal welche und das jemals bessere als äh Holz zählt das heißt äh du kriegst jetzt das Achievement dann wenn du dir jetzt ne Spitzhacke machst ja ja aber ich ich hab wir haben ja total viele Öfen ich mach mir doch keinen Ofen ähm du musst ja zuerst ne Spitzhacke machen deswegen darfst du die jetzt nicht machen achso du du denkst dass du jetzt die Spitzhacke machst weil du eh keinen Ofen mehr machen wirst ja weil wir haben doch total viele Öfen ja ja eben das mein ich ja ja das hab ich ja das letzte Mal auch gemacht dass ich irgendwie mir dann eine Spitzhacke gecraftet hab und dann X jo ist so so soll ich die Kohle abbauen äh bau mal ab ich hab irgendwie keine Kohle weil hier ist total viele Kohle an der Oberfläche so so ich hab jetzt sieben Kohle wie viel Eisen hast du eigentlich dabei es war ja voll viel im Ofen äh gar keins hä? bin ich dumm? ich hab gar keinen Eisen ok warte soll ich auch das Diaschwert machen oder äh mach dir das Diaschwert schonmal solang immer genug äh solang zwei Diamanten übrig bleiben ist alles ok ojo jo äh vielleicht gebe ich dir dann die zwei Dias weil dann verteilen wir das ein bisschen äh X von ah hier ist Kohle du brauchst ja was es ist das ist das ist das ist es ist